Was ist der Nachteil bei WiFi? Wenn mehr Geräte da dran sind und nach dem WiFi-Router denn abfragen, habe ich Leistungsschwankungen im WiFi-Signal, also noch bevor ich an das Internet-Signal rankomme. Heißt, ein WiFi-Router, 30 Smartphones im Raum, ihr habt selber noch viele, selbst wenn die sich nicht einloggen können, da wird permanent rumgesucht, gibt es hier irgendwie WiFi und so weiter und so fort. Sollte es da zu Schwankungen kommen, kann es natürlich auch die Qualität des Bildes, wie es ankommt, dementsprechend, weil es halt immer ein bisschen da rumschwankt, variieren. Und dann gibt es noch den anderen Trick 17, den NDR so spannend macht, was ich mit dieser Kamera auch kann. Ihr seht es hier, das ist jetzt ein Ethernet-Adapter. Ethernet-Adapter heißt, ich kann hier einfach ein Ethernet-Kabel anschließen, stecke dann hier den USB-C in die Kamera und nehme dann statt WiFi kabelgebunden, sprich das Internet, in die Kamera zum Transport des NDR-Signals. Ihr seht es unschlagbar. Ihr selbst wisst, Ethernet-Kabels, wie dünn die tatsächlich sind. Wahnsinn, das kann man schnell mal irgendwo durch den Saal werfen. So ein Cut 5, Cut 6 Kabel, 30 Meter oder so, 8 Euro, 10 Euro, whatever. Und dann könnt ihr auch hier absolut sicher mit dem Internet-Signal, das NDR-Signal in euer Programm einnehmen. Und das andere Hübsche natürlich ist, der eingebaute Akku, den die Tail-Air hat, was sie so flexibel macht, für überall mit hinzunehmen. Ja, der hält ungefähr laut Hersteller 154 Minuten. Und das sage ich, wenn ihr das in Full HD macht, also 1920 mal 1080 bei 30 FPS. Wenn ihr, wie die Kamera denn zum Beispiel jetzt kann, also wenn ihr jetzt 60 FPS zum Beispiel nehmt, dann ist natürlich auch die Leistung, die die Kamera bringen muss, die der Akku bringen muss, nochmal etwas höher. 4K bedeutet natürlich, denn huschtibuschtiganz, der Akku geht schneller zu Ende. Wenn ihr dann hier dieses Teil habt, dann ist noch PoE möglich. Power over Ethernet. Das heißt, mit dem richtigen Routerausgang ladet ihr die Kamera denn mit eurem Ethernet-Kabel mit Energie voll. Sie kann nicht leer werden. De facto ist, solange bis das Alpernglühen vergeht, könnt ihr dann praktisch live streamen, solange da Saft denn da ist. Ich habe übrigens auch mir von Netgear zum Beispiel noch ein zusätzliches Teil geholt. Da kann ich 8 Kabels noch dran schließen. Da sind es 12. Hier davon ist Power over Ethernet. Das heißt, mit dem kleinen Kabel kann ich es denn erreichen, dass es immer geladen bleibt. Und natürlich ich eine stabile Verbindung denn halt habe dazu. Das heißt, mit dem kleinen Kabel kann ich ´h mal bin.